jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal heute mal wieder mit einem kleinen gambling video weil ich war mit meinem mate matthias in der nacht von sonntag auf montag auf csgo case gambeln und habe nebenbei die aufnahme laufen lassen falls ich wo reinlacken sollte dass ich das haben halt auf youtube hochladen kann und genau das ist es also genau das ist mal wieder passiert ich habe übelst eingelackt ich glaube so heftig war es beim gamble noch nie vielleicht das eine oder andere case opening von mir was das hier übertreffen könnte aber beim gambeln wüsste ich jetzt nichts was das toppen könnte ich habe mit 20 dollar ungefähr angefangen bin hoch auf 30 habe dann mal ausgecashed und dann wieder mit 20 dollar eingezahlt und dann hoch auf 300 aber seht es euch selbst an und sagt mir was hier ich meine das ist einfach nur what the fuck lasst mir einen daumen nach oben da wenn euch diese gambling videos gefallen ihr könnt mir auch in die kommentare schreiben andere gambling webseiten wo ich mein glück probieren soll beziehungsweise wo ich dann ein video dazu machen kann wenn ihr schon 18 jahre alt seid und euer glück selbst probieren wollte auf csgo case dann mit dem ref code ALMO groß geschrieben könnt ihr ein paar free coins scannen ich werde euch das noch in die infobox schreiben dann wünsche ich euch noch viel spaß mit dem video und was vielleicht noch ein neues wäre ist wie ist das sweeper das ist halt neu gut das kenne aber wie viele minen kann man minimal erstellen ich glaube ich glaube eine eine minen wette also noch ein geld drauf eine mine gehen wir da mal rein mit und bin down schauen oder warte mal du meinst dass ich eine mine gebe ich bin mit einer minen 419 münzen drinnen aber erstes ist richtig zweites ist richtig drittes ist richtig ich mach schon so schnell auf nicht funktionieren soll ich jetzt noch auf 1000 drauf kommen 419 also höllte mal jahr na warte Jetzt schreibt man ja 1,5 Jetzt war ich wieder auf 2.000 Euro Ja, ich hab wieder 500 verdoppelt Das ist so schief 100 Euro im Profit In 1 Euro würde ich gleich mal in den Rubel los reinpallern Ja, ich so mag es doch gescheiter was gewesen In der Checkpoint bist du behindert 1 Million Token 50.000 Nur 1.000 12.500 Das ist ein bisschen pervers Du kannst dir voll einsacken Am Schluss Das weiß ich wieviel Jupp, deine Ohre ist schon wieder weg Drecksrubel los Du kriegst es da nochmal Naja, das packt das Sound wieder Gibt ja bei noch nichts gewonnen GG Ich bin schon mal Ich muss die Sämehren zählen Ich weiß, ich bin nicht mehr zu weepern A 1 Meter über Ich weiß, ich bin nicht mehr zu weepern Ah, ich habe einen Money back Fick dich Fick dich Jeder Dreck-Sound vom Rubel-Los Wir sind ja wieder genau genug für Rubel-Los Oder soll ich nochmal in die Slot-Maschine gehen? Was sagst du? Rubel-Los ist aber noch nichts rausgekommen Zwarme Slot-Maschine oder auchme Rubel-Los? Ich gehe in die Slot-Maschine Wann spinnst du? Mhm Spinnst du schon oder was? Naja Ok dann spinne ich jetzt auch War nix Wie immer Hm nix Na ok Das wäre es dann wieder mal gewesen Wtf Achso Ist nicht mehr wert Ok Naja ich hab mit 14 Cent der Entsatz aus der Slot-Maschine den Pink-Skin geholt Ja Du bist ja echt ein Arzt Äh ne Alex Hm Ich mach jetzt mit 1 und 1 F hätte ich gesagt Hm Mach jetzt was? Ich mach jetzt mit 1, also mit 0,1 Cent und 1 F hätte ich gesagt Hm Das geht ja gar nicht einmal quasi nur für 30 Wochen oder? Naja Ich mach ne Kiste auf Ok Jetzt krieg ich einmal 2 Uuuuuhh Naja Naja Mal einmal Ok Was hast du gekriegt? 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 Acker Full Injector Injector In Abgenutzt 27 Dollar Naja 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 Gestartet hab ich glaub mit 22 Dollar oder sowas Was hast du jetzt noch mal selbst verkauft? Ja Naja 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 Ne Naja 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 Ich will jetzt nicht unbedingt das Kalanbiet deine hauermast Naja 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 Ich mache mir so vor, dass ich dann wieder eine Invis geben. Ne, ich werde es nicht überbrechen, ich werde es sicher so machen, bis ich mir dann was austauschen lassen kann. Immer was verfickt, macht mir den auf bitte. Weil wenn ich die Kiste drauf mache, kriege ich fix immer nichts. Weil ich einfach kein Glück gehabt, dass sowas mir scheint. Warum eigentlich, wieso? Wieso gönst du da immer was? Und was der Maas und die Idee ist, oder? Das ist jetzt einfach jahrelange Gambling-Erfahrung. Ja gut, die Slotmaschine ist es jetzt nicht gewesen. Ich werde es nur mal spannend machen. Na, ich mache hier mal die Kiste auf. Nur bloß ging es, Alter. Nur bloß ging es. Ehrlich? Ich... Das war jetzt nicht. Das war immer ja rubellos, Alter. Da kriege ich jetzt einen Hund oder so. Oder so. Ne, die Kiste ist es gerade gar nicht. Nein, das ist nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Matthias! Matthias! Du, du... Wo hast du wieder Messer oder was? Du! Wo hast du wieder Messer oder was? Okay, du gehst oben links, klickst es auf CSC-Case. Auf dieses Logo drauf. Mhm. Dann bei Highest, wie nösten die letzten vierst-fassig Stunden. Umständlich. Also wenn ich da erst gelistet bin... Okay, ich bin da nicht gelistet. Müsse. Oh mein Gott, mein Herz klopft gerade so extremst, weil das wirst du mir nicht glauben. Wo ist denn? Ich habe ein Knife gezogen. Mhm. Ähm... Bist du behindert? Es ist Minimalware. Mhm. Es ist ein Karambit. Nein. Es ist ein Slaughter. Aber da auch wieder. 324 Dollar. CSC-Case ist es. Ah, das ist unglaublich, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist so ein Lacker, oder? Oh mein Gott. Es ist unglaublich, oder? Okay, ich bin gelistet. Ich bin erst, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebter. Und das... Es nimmt der Platz für den heißen Winz und die letzten 24 Stunden. Ich bin erst, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebter. Ich bin erst, zwei, vier, fünf, sechs, siebter. Ich bin erst, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs, siebter. Vielen Dank.